hallo so ich habe jetzt auch mal die auswertung fertig wir fangen an mit rückwärts beginnen mit 0 29 da kommt ein hier dann bei 0 54 ich bin der lot dann bei 0 57 kommt ein höher weiter geht es bei 109 hallo chrissy weiter geht es bei 116 wie geht es weiter geht es mit 121 da kommt geht etwas weiter geht es bei 155 ich bin dort weiter geht es bei 227 weiter geht es bei 4 45 mit hilfe dann zum guten schluss bei 11 05 mit ich höre dich ja das war die auswertung rückwärts im anschluss kommt gleich noch auswertung vorwärts bleibt dran so jetzt kommt die auswertung vorwärts wir fangen an mit 2 27 da kommt ich höre weiter geht es bei 249 mit komm her weiter geht es bei 321 mit gerne weiter geht es bei 4 17 da ist gesagt worden störst nicht weiter geht es bei 4 38 das ist gefallen mir egal weiter geht es bei 5 57 ca 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 was das zu bedeuten hat ein baum keine ahnung weiter geht es bei 6 19 was ist los weiter geht es mit bei 6 25 das wort gefallen licht dann bei 6 29 hinter mir weiter geht es bei 7 27 mit ein ja weiter geht es bei 7 44 das namen gefallen rené weiter geht es bei 9 39 da ist ein hallo gefallen weiter geht es bei 9 56 mit bin da kommunizieren kommunizieren dann bei 10 22 wieder ein name gefallen und zwar timo dann als vorletzten bei 10 28 grüßtisch dann zum schluss bei 12 55 hilfe ja meine lieben das war also die auswertung vorwärts ich hoffe ihr konntet einiges verstehen von die ganze auswertung war diesmal nicht viel resonanz etwas ich hoffe es hat euch trotzdem was gefallen wir sehen uns wieder im nächsten video beim nächsten nach sitzungen und auswertung bis dann bei bei und bei